Musik Die von Viastor geplante Anlage Die von Viastor hat eine relativ hohe Komplexibilität. Wir haben ein Palettenlager, wir haben ein Boxenlager und wir haben zwei Commissioner, in denen die Waren zusammengeführt werden. Die Commissioner sind durch eine gewisse Fördertechnik miteinander verbunden. Das hat bei der Umsetzung problemlos funktioniert. So, dass man durchaus sagen kann, was Viastor anpackt, funktioniert auch. Die Installation komplexer Systeme erfordert einen hohen Grad an firmenübergreifender Teamarbeit. Speziell in der Realisierungsphase hier in unserem Projekt haben wir gemeinsam mit der Viastor sehr, sehr schnell die geforderte Performance erreicht. Musik 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 Wohn Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020